Agilität. Für die einen ist es ein Reizwort, für die anderen eine Verheißung. Was erleben wir da gerade? Einen digitalen Trend, der uns noch mehr Stress macht, als wir ohnehin schon haben? Oder den Aufbruch in eine schöne neue Arbeitswelt? Das ist eine Frage der Sichtweise. Doch eines gilt für alle. An dem Thema kommt keiner mehr vorbei. Jetzt sei doch mal ganz ehrlich. Die Welt hat sich nun mal verändert und agile Methoden helfen uns, dass wir flexibler reagieren können. Also für mich klingt das eher nach, jeder darf machen, was er will. Früher nannten wir das Anarchie. Ich möchte Ihnen gerne erklären, was es mit dieser Agilität auf sich hat. Wo liegen die Chancen? Wo die Grenzen? Und wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn eine Organisation agile Arbeitsweisen verwendet? Gibt es dann gar keine Regeln und Strukturen mehr? Sie werden sehen, so ist es natürlich nicht. Und Sie werden vielleicht sogar feststellen, hoppla, hier und da arbeite ich schon agil, ohne es gemerkt zu haben. Starten wir also unsere kleine Reise durch ein dynamisches Themenfeld. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.